Ja hallo, möchtest du neue Leute in der Network Marketing Unternehmen einladen und brauchst dazu fixfertige Skripte? Ich habe für dich 10, hör gut zu und ja, dann wirst du noch mehr Leute einladen können zu den Home Meetings, Webinaren etc. Völlig egal, aber dass du auf jeden Fall Leute bekommst. Nummer 1, Skript Nummer 1 ist, ich weiß nicht, ob es für dich geeignet ist oder nicht, aber wärst du offen für etwas, das über dein derzeitiges Einkommen hinausgeht? Sinngemäß so ist es zu verstehen, das heißt, wenn du ein genaues System haben möchtest und nicht nur Skripte, dann schau jetzt mal nach unten, da findest du mein Training, wie ich 110 Partner in 30 Tagen gewonnen habe und ich habe immer das gleiche Skript verwendet, aber ich möchte, dass du heute mehr Auswahl hast. Deswegen Nummer 2, wie kann ich Leute in mein Network Marketing einladen, dass ich es rausbringe. Ja, hast du jemals darüber nachgedacht, einen Weg zu finden, in Teilzeit deine jetzige Arbeit zu ergänzen? Sinngemäß, ja, hört sich ein bisschen holprig an, habe ich nicht so gern verwendet. Skript Nummer 3, haltest du dir Optionen offen, wenn es um Einkommen geht? Das ist eine sehr einfache Frage, die sehr schnell geht und die wenigsten sagen darauf nein. Nummer, welche Nummer sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, wenn es darum geht im Network Marketing einzuladen. Ja, hast du Interesse daran zu lernen, wie man von zu Hause aus mit Facebook Geld verdienen kann? Das ist etwas, das sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ein Spruch, der wirklich, den ich am Anfang auch verwenden habe. Und der nächste, das nächste Skript ist, wenn du Leute in Network Marketing einladen möchtest, wärst du daran interessiert, wie du ein Teilzeitgeschäft von zu Hause aus gründen kannst und das in Zukunft dein Vollzeit-Business ersetzen soll. Es ist etwas, das nicht überall passt. Dieser Satz muss ich sagen, man muss ja auch die eigenen Worte erst finden. Kommen wir zum nächsten Skript, wenn es darum geht im Network Marketing einzuladen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ein Home-Business zu gründen, wenn der richtige Trainer kommt? Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil die Leute suchen auch Trainer, sie suchen Mentoren, Coaches. Und wenn du dich als Trainer, als Coach, als Mentor anbietest, dann hast du hier wirklich einen Vorteil gegenüber den anderen. Das nächste Skript, wenn es darum geht im Network Marketing, Leute erfolgreich einzuladen, dass ich es noch rausbringe, hast du schon einmal über die Steuersparnis nachgedacht, welche du durch eine einfache Gründung eines Home-Business erzielen könntest. Ich würde das Wort Home-Business nicht immer verwenden. Ich würde statt Home-Business einfach auch sagen, zum Beispiel Facebook-Business. Das hört sich moderner an, weil Home-Business, Teilzeitarbeit, Teilzeit-Business ist schon etwas abgedroschen. Der nächste Spruch, der sehr, sehr gut funktioniert, wenn du Leute im Network Marketing einladen möchtest, auch wenn es zum Beispiel nur ist, eine Internetseite zu besuchen. Ich führe ein Unternehmen, das derzeit in deiner Gegend expandiert. Bist du offen für eine neue Karriere-Chance? Das kann man entweder direkt machen oder man kann es auch indirekt machen, indem man sagt, ich führe ein Unternehmen, das derzeit in deiner Gegend expandiert. Kennst du jemanden, der offen ist für eine neue Karriere-Chance? Und das ist es. Beim Einladen im Network Marketing habe ich gemerkt, wenn ich die Leute indirekt einlade, ist es oft für mich leichter, gerade bei denen, die jetzt, sage ich mal, mir nahe stehen. Freunde, Familie etc. Wobei, die habe ich eigentlich gar nicht angesprochen, wenn ich ehrlich bin. Mein Favorit ist aber, bist du offen für eine Information, wie du das und das schaffen kannst? Wenn nein, kein Problem. Das ist mein absoluter Favorit. Das heißt, den habe ich auch immer gemacht. Möchtest du jetzt ein System haben? Möchtest du wissen, wie ich 110 Partner in 30 Tagen gewinnen konnte im Network Marketing? Dann hol dir jetzt mein Gratis-Training. Danke fürs Zuschauen. Jetzt hast du 10 Skripte, wie du Leute erfolgreich einladen kannst in Network Marketing. Bye, bye. Ciao. Bis zum nächsten Video. Pirti. Servus.